Hallo YouTube, hier ist Roaring98 wieder mit einem neuen Teil der Minecraft Adventure Map, der dritte Teil heute. Wir legen direkt los und zwar mit Timmis Raum. Mich erwarten da schon einige Sachen und ich glaube ich werde ein bisschen was flicken müssen, da ich das Red Sun auseinandergenommen habe. So, jetzt kommen... oppala, oh 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 oh, ne ne. Push. Also ich versuche dieses Mal auch mal nicht alles kaputt zu machen. Nicht, dass wir hier noch weitere Beeinträchtigungen der Map bekommen. Wäre jedenfalls nicht so schön. So, weg damit. Hoppala. Ja, Schwert des Sieges, ey. Das hat ja gar keine Halbwürdigkeit. Wo? Ach, Axte-Axt. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ah, Treffer. Hm. Trank der Heilung, genau. Den brauche ich mal. So. Und, ja, da haben wir den Platz, wo das Redstone hin muss. Das ist soweit aber auch alles. Also, das hier steht. Ich glaube, das sollte nicht stören. So. Und nochmal die zweite Welle. Ah, nein. Mist. Oh. Ah, na toll. Und boom. Headshot. Und dich auch noch. Na komm, fahr, fahr. Okay, dann nicht. So, eben den Loot abholen. Und dann schauen wir uns mal um. Was haben wir hier? Spender. Ich glaub, hier ist irgendwas nicht durchgekommen, oder? Oh, ja, das war wohl geplant. Oh, oh. Weg, weg, weg. War ja schon wieder was kaputt gemacht. Ja, sieht mir ähnlich. Oh. Nicht mal Joras Maske. Ahem, okay. Habe ich... Ah, ich hab aber einen Helm. Hm, Amboss zum Verzaubern. Äh. Hm. Naja. Scheint wohl nicht so viel zu sein hier. Irgendwo ist hier bestimmt was versteckt. Äh, na. Leid. So. Die brauche ich irgendwo. Garantiert. Äh, kein Trapdoor, oder? Nein. Oh. Das ist... Cool. Das können wir gebrauchen. Ein Stock, ein Kompass, eine Feder, eine Karottenrute, ein Kürbis. Okay. Kekse. Die brauche ich nicht. Äh. Äh, Holzhacke. Nein. Ich überlege, ob ich den Kompass nicht mitnehmen soll. Äh. Auf jeden Fall werden wir hier erstmal ein bisschen Müll los. Die kann ich wegtun. Äh. Die Schneeballe kann ich als Waffe benutzen. Äh. Ja gut. Herr mit dem Kompass. Man kann ihn nicht wissen. Äh. So. Drö. Das Teil eiert da herum. Äh. Jetzt einmal leise. Mensch. Na gut. Äh. Ja. Dann würde ich sagen... Oh. Nein. Ah. Oh, eine Ender, die mir eh nichts bringt eigentlich. Ein Bett und eine Kiste. Mit Milch. Ein Diamanthelm. Wobei ich gerade ein bisschen skeptisch bin. Schutz-Hypercut. Ah, ne, der Di. Nehmen wir mal den mit. Ja, damit... Ähm, Ei. Ich glaube, die Eier können wir noch gebrauchen. Und noch mehr Kekse. Lecker. Redstone. Ja, hm. Scheint wohl alles zu sein. Aber warum habe ich dann die Leiter bekommen? Wofür? Hier haben wir doch alles. Oder etwa nicht. Ja doch, haben wir. Äh, ach ja, genau. Na gut. Gut, gut, dann haben wir es jetzt. Dann gehen wir mal raus. Und sehen uns den nächsten Raum an. Was haben wir denn hier Schönes drin? Quatsch, ich meine, ich habe den auch schon. Ellis Schlüssel und da hinten geht's weiter. Mhm. So. So. Oh, die... Oh, mein Gott. Oh, mein. Ich war auch wirklich noch nie ein guter Schütze. Ich frage mich aber, wie man den ganzen Eimer verloren Milch auftrinken möchte. Ah, so läuft das also. Oh, da habe ich schon mal eine Taktik. Laufband, Achtung, Verletzungsgefahr. Probieren wir gleich mal aus. Bang, geohnt. Ähm, und was haben wir hier? Was war denn hier los? Ich glaube, dass das jetzt nicht runterfallen sollte. Hm, tun wir mal wieder hin. Gut. Äh, da, 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 da. Hm. Nichts Verborgenes oder so. Hm. Nein, anscheinend nicht. Was haben wir denn hier? Äh. Ach, ein Flügel. Wow. Hm. Ähm. Laufband. Nein, hier kriegen wir auch nichts raus. So. Ich hatte auch einen Hund. Und wieder einen Tisch. Moment. Wenn ich mich richtig erinnere. Buch. Äh, Quatsch. Äh, okay. Okay. Nee. Ich dachte schon, da könnte was sein. Da war nichts. Ein neues Buch. Yay. Ich lebe als erstes, was für mich meine super Schmerz gut Dienst geleistet. Der Schmerz, den ich leider mische, nämlich niemanden. Das ist nun muss ich jetzt aus Freunden, sonst könnte das. So. Okay, Ellie Craft. Mehrere Blutflücken, ob sie Selbstmord begangen hat. Oh man, Mädchen. Wehe. Energie Drink. Energie Drink. Hm. Und er schlug, so lange. Nein, ich wollte alle haben. Hm. Na gut. Äh. Äh. Oh. Ja. Genau. Jetzt werde ich alles hier durchsuchen dürfen. Der Treppen. Rückschluss 1. Oh ja, Rückschluss. Werden wir gleich ein bisschen das verzaubern. Da haben wir was. Verzaubertes Buch. Hoch und, äh, oh. Na, Lederhahnisch. Noch eins. Also, oh mein Gott. Die hatte ja ein ganzes, ein ganzer Schrank voll. Ähm. Oh, noch eins. Ich hab keinen Platz mehr. Weg mit dem Zeug. Weg damit. So. Oh. Passende Schuhe. Hm. Nein. Gut. Jetzt hab ich alles. Und da geht's noch weiter. Nein. Nein. Nur Rück... Nein, auch nicht. Haltbarkeit geht da drauf. Hm. Ich könnte ein Eisenschwert jetzt gebrauchen. Genau das, was ich vorhin weggeschmissen hab. Ähm. Ähm. Wieso sollte ich da jetzt reinlaufen? Ah, verstehe. Da ist bestimmt noch ein zweiter Gang oder so. Ist das... Was ist das? Vermutlich so eine Art versteckter Raum oder so? Na gut. Ähm. Das... Ach, was soll's. Schmeiß mich einfach rein. Oh mein. Boah, meine Güte. In der Überzahl sind die ja hier. Ist ja ein Lusskampf. Oh, 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 oh. Meine Güte, die machen ja Schaden. Oh je. Verstehe. Dafür ist also der Raum... Ah, weg hier. So, jetzt heilen wir uns. Erstmal. Bisschen rege... War ich das denn jetzt? Ach nein, nicht schon wieder. Moment mal. Ist der Hund etwa eingesperrt? Doch, nicht wirklich, oder? Oh nein. Anscheinend doch nicht. Ja, schon wieder was abgebaut. Ach je. Oh, oh, oh. Milch, Milch, Milch. Milch. Oh, das war knapp. So. So. Jetzt warten wir noch, bis das live gefüllt ist. Und dann zermüben wir ein paar Ärsche. Jetzt komm schon, mach doch hin, ja. Ach, den will ich nicht benutzen. Ui. Ui, 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 ui. Na, komm doch her. Ja, er kommt, das stimmt. Ach. Oh, mein Gott. Wow, wo kommst du denn her, Freundchen? Äh, ja. Packt im Boden. Geht das? Geht das? Nein, das geht nicht. Schade. Hm, halb Skelett und halb, äh, Schwein. Cool. Ach so. Äh. Ich dachte, das wäre ein Geheimgang, na toll. Wir haben noch keinen Schlüssel, äh. Oder? Nein. Doch, wir haben einen Schlüssel. Quatsch. Dann war das wohl doch optional. Eine Kiste, irgendeine Kiste, wo ich den Müll abladen kann. Ach, da. So. Rein damit. Pass. Na, nichts zu entschärmen. Oh, vielleicht könnte man ja... Nein. Schade. Geht wohl doch nicht, wie ich es gern hätte. Und der Treppenschlüssel zwei. Ach so, ja, genau. Ja. Hm, hm. Hm. Ein Schild. Hier brauchst du die Leitern, die du im Haus findest. Ach. Hm, na toll. Irgendwo haben wir eine Leiter übersehen. Dieses ewige Suchen ist immer nur Tortur. Nein, hier nicht. Und noch mal alles durchgehen. Ach. Ruhe, Ruhe. Nein. Hm. Blöd aber auch. Moment, da habe ich was. Ah, da habe ich doch was übersehen. Klasse. Schärfe Verbrennung, okay. Und... Eisen-Jeans? Ne, die habe ich, glaube ich... Schusssicher. Ach, nein, brauche ich nicht. Passt. Hm, vielleicht... Ja. Das entscheiden wir noch. Mit, 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 mit. Haltbar. Da haben wir es mal. So. Ja gut, die Folge wird jetzt langsam ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Man sieht sich... Ja gut, da habe ich das natürlich. Begümmern.